Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terroristown, heute mit Dalu, Marufis, Juli, Daniels, Kundran, TauTau, Early, Pain und Items. Hallo, Kundran, stirbt gleich. Hallo. Wenn ich Traitor werde, ist Kundran als erstes tot. Finde ich nicht nett. Ey, warte mal. Warte mal. Nein, Gott, das ist umgekippt. Wow. Juli, Vorsicht. Ah! Oh Gott. Renz, stell dein Totem auch da irgendwie hin, dass wir da... Das geht doch vom Schlüssel, wo du zockst. Ha! Dein Totem fliegt. Dein Totem fliegt. Dein Sieg. Genau wie deine Seele. Ich fliege jetzt ganz hoch. Pain will mich töten. Ha, Totem. Kundran, bleib mal stehen, ich will dich umbringen. Nee. Dann rächt mich, Grant. Items, wo bist du? Ich? Dalu, soll ich? Ich hab keine Ahnung, wie man das hier nennt. Nein, noch nicht jetzt. Erst wenn's noch knapp ist. Also ich würd's gerne versuchen, es richtig zu benutzen, weißt du? So, wenn du halt ne gute Chance hast, einen Traitor zu erwischen. Wer auf mein Raumschiff schließt, stimmt! Aber geiler wär, wenn du's vor der Tür benutzt. So dass er den letzten Schritt reingeht, weißt du? Ja, meinst du das funktioniert? Nein! Wow! Wer war das? Wer scheiß? Ich bin hier oben grade. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ich hab ihn... Da hatte ich da richtig gelobt, mit dem Flugzeug zu fliegen. Habe ich direkt unter mir gesehen, wie er I-TEM-Sandshot verpasst hat. was geht hier da oben ich habe irgendwie so gar nichts mit ich komme hier nicht hoch alles furchtbar hier ja da liegt auch einer ich kann die nicht konfirmt bei mir bin ich immer an die leiter gegangen ist nicht julie was ist denn nicht julie töten überhaupt noch berliner leben ich bin konfirmt ok da wird nämlich gerade gesehen wie katze getötet wurde ich hole mir jetzt auch wer war das gerade tauch oder ins gesicht man kann ich bin noch nicht perfekt auf einmal das kult Da lagen so viele Trade-Items auf meinem Schleck. Ja, das war schön, ne? Keine Ahnung, ich hab ja auch noch ein Büro angeholt. Da kann man sich da oben sichern, also, hey, würde niemand trauen, mich anzugreifen, wenn da Early mit dem Flugzeug daneben steht. Ich nicht, dass der Early ist mit seinen Dingen beschäftigt, der kriegt doch eh. Und dann sind wir wieder zurück. Fisk hat den Server gecrashed. Ach mann. Hey, hallo, wer auf mich schießt, hörst du nicht ab, ja? Wenn Early nochmal mit dem Ding fliegt, schießt ihn ab. Und wenn er wieder anfängt, das nicht so. Okay, du hast eine Fliege, weil ich singe. Wo ist ein Early's Raumschiff? Ich will's kaputt machen, ich will Kugeln hineinschießen. Hä? Nein, 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 nein. Ich hab ein Loch in unser Raumschiff, ich weiß, das ist nicht gut. Leute, kacke! Oh, okay. Ja klar, ich spawn genau nach vorne, aber... Wieder, Inno. Natürlich, Inno, was ist hier? Warum grinst's denn hier? Ich glaub, die Leute wurden genau in den selben Rollen geparkt, das ist gar nicht random. Ne, ich bin kein Traitor geworden. Was macht der Kaffee, die Kaffee-Tasse? Wo sind wir hier, Maru? Die Kaffee-Tasse? Pass auf. Das war letztes Mal die Kaffee-Tasse, das Gitter. Schau, 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 schau. Guck ihn ran, was guckst du so gerne? Ey, hier ist die Soda. Ich stehe schon die ganze Zeit hier. Ey, guck mal, wie schnell Tautau ist. Ich hab die Speed-Up-Soda. Tautau hat er ein Item gekauft. Tautau hat das falsche Getränke getrunken. Ja, Tautau hat aus Versehen das, wo er schneller läuft, gekauft. Er wollte den Juggernaut. Er wollte sich rein, glaub ich, weil er runtergefallen ist. Das war ein Fehler. Wer hat das Item noch nicht gekauft? Fisk. Das Teleport-Item. Das ist nicht aus Versehen passiert. Er weiß nämlich nicht, wie man den Ding ins Modus wechselt. Steht das Ding standardmäßig auf Slow? Ja, Slow ist Standard. Rechte Maus hat den Modus wechseln. Wer suchst du denn? Sicher, dass Slow Standard ist? Ja, Slow Standard. Ich musste es, als ich es in der letzten Session gekauft hatte, umstellen. Wie wechselt man das denn? Oh, wer hat mich angeschossen hier? Rechte Maus des Modus wechseln, linke Maus. Das ist so ausführen. Okay. Das war gut versteckt, ja? Ja. Meins ist ein Early-Boy. Ja, ich hab meine Waffen wieder. Wieso kommst du da wieder hoch? Das ist so glitschig immer. Warte mal, war das nicht nur das Early zum Abschlussfall gegeben? Das ist so glitschig, dass er in seinem Auto hat. Nein, er hat gesagt, wenn ich säge. Wenn er jetzt erwischt. Ich säge jetzt einfach nicht. Ich säge jetzt einfach nicht, weil ich losgehe von der Erde. Leg mal rum, Chef. Boah! Erli! Oh Gott! Was ist denn jetzt? Irgendjemand ist in die Falle reingelaunt. Erli ist einfach mega hochkatapultiert. Oh Gott! Also einer ist tot und das will ich nicht so glücklich! Was macht einen da nur am Fenster? Nils, wo war's? Gleich runterfallen! Ja! Oh, die war nicht gut. Oh ja! Statt! Passiert! Oh! Wieder das Falsche! Wieder falsch, fisk! Ja, aber dann wird doch was passieren. Du wirst das doch nur machen, wenn's auch Sinn macht. Nö! Wird er nicht geschossen? Ich wurde teleportiert nach oben! Ja! Er ist jetzt in dem Raum unten, wo ihr am Fenster saßt! Halt! Ich bin ich hier unter dem Fenster! Warte, warte, ja! Das war ich mit dem Fenster! Oh! Items ist da! Ich hab Erli getötet! Spielverderber! Wieso Spielverderber? Oh, in den Raum darf ich nicht rein! Das ist doch gar nicht wahr! Ja, Erli wird doch irgendwie umkatapultiert, habt ihr gesagt! Fisk?! Ja, aber ich hab die Disco geworfen! Ah ja! Oh, rein da! Wie ist der Stein gestorben? Wer denn entschärft? Weg! Da ist einer reingelaufen in das Ding! Ja, entschärft! Wer ist da reingelaufen? Keine Ahnung! Die Falle reingelaufen! Die Falle reingelaufen! Oh, wir sind... Fisk! Was? Von wem? Einer ist gestorben! Der ist nach oben weg! Nein! Der ist von der Lee Enfield gestorben! Der ist nach oben weg! Okay! Wie Erli da liegt der? Aber das soll der nicht weg Teleportieren! Tautor hat die Lee Enfield! Nein, das... Juli hat einfach jemanden wiederbelebt! Nils Strader und ist down! Vielleicht wird er wiederbelebt! Vielleicht explodiert er! Der ist safe! Der wird nicht... Weder noch... Au! Was soll das denn? Kondra hat mich einfach mega geschubst! Ich bin auch weggeflogen! Achso, dann war es bestimmt ne Dingens! Ne Disco! Jetzt hat die Person dreimal... Zeit angehalten oder für... Ja, ich hab das auch gemacht! Oh, Tautor! 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 Haben wir am Anfang schon ge-called, Grins! Achso! Ich hab auch einen Tee gemalt für Tautor! Juli, fang! Oh! Der war schönes Tee hier! Der war schön, ne? Ich hab extra einen Tee gemalt für Tautor! So romantic! Ich wusste nicht, dass das Ding überhaupt one shot killt! Was hast du eigentlich benutzt? Wer ist eigentlich in die Falle reingelaufen? Was? Was hast du da benutzt? Ich bin ganz am Anfang in die Falle reingelaufen, bevor die Runde richtig angefangen hatte! Hm? Ich hab gar nichts für irgendwas benutzt! Wer hat denn, äh, Ding hochzertifiziert? Der Dete! Oh! Der Dete ist tot! Habt ihr alle den Sound aus beim Spiel? Ja! Ich spiel ohne Sound, ich hab ne Challenge heut! Ja, die haben alle mich so leise gestellt! Deswegen hört mir auch niemand zu, wenn ich was hab! Doch, ich hör zu! Hat er was gesagt? Spricht jemand? Wenn ich jetzt werde, Leute, töte ich Items und ihr habt nichts gehört, okay? Ich bin... Das ist... Das ist meine Tasse, Leute! Das war jetzt nie... Hey, damit... Ey, was soll die Scheiße?! Hat er echt gemacht, ey! Äh... Er steht zu seinem Wort. Mhm... Kritz immer seines Wortes! Wenn da jetzt keine Credits mehr drin sind, die es überführt, also dass die Leiche... Hast aber Glück gehabt! Darf ich ihn wegwerfen? Ja, jetzt darfst du ihn wegwerfen! Oh, der Dete mit 4 Credits! Jetzt wird's cool! Geil! Nils ist auch safe! Nils müsste... Er läuft auf mich zu! Nils läuft auf mich zu! Was machst du jetzt?! Ich hab die Leiche von... Ich hab den Typen von vorn! Du machst es! Hallo, Grund ran! Grund ran! Irgendwer ist lang gestorben! Einer ist tot! Was ist hier passiert? Wo ist es passiert? Hier wird gesoffen! Weiß alte Items, weißt du was? Weiß nicht, ne? Healing! Yeay! Das war's! Oder? Nigg mal mit dem Kopf, das darfste! Weißt du was? Heals! Er hat den Taktik nicht reden, wenn er von den Taktik überlebt wurde? Okay! Oh, die rote Cola! Haha! Rage up! Mehr Damage! Undran hat sein Totem gut platziert! Beide müsste sterben, wenn er nichts weiß, weil er kein Totem... Schjott hier! Was war das? Early hatte glaub ich... Weißt du jetzt was, oder? Was hab ich glaube? Hast du... Hab ich glaube ich? Weswegen hast du... So, nee, warum verfolgst du mich? Weil dein Tau... Weil dein Tau... Weil dein Tau-Tau Totem... Och, schlau! Schlau, hier ist überall Blut! Ich sag's! Das war mir absichtlich! Na gut! Wenn ich tot bin, ist das... Ach ne, ich hab das... Ich hab hier einen Dena ausgelockt von nem anderen... Oh, hier kann ich keine Dena nehmen! Die zwei... Dene, ich hab ihn umgebracht! Achso, okay, na dann! Oh, lass mal! Hehehehehe! Schkeb doch gleich, hier, pass auf! Heeeey! Da macht's auch alle, gell? Ja, ich wollte angeschossen... Wir bleiben hier in Sicherheit! Ich bin auf dem Balkon. Okay, Aua! Yilz! Hey, 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 hey! Yilz! Was hat er denn gemacht? Ich hab nicht mehr geschossen. Yilz hat gar nicht nur gekillt, glaube ich. Oh Gott! Oh, ich bin auf dem Türrahmen, aber ich sterb! Ich sehe da sein Gesicht neben der Leiter liegen, nach unten. Ja, ich wurde getroffen. Geh hier ins Bad. Nein, da war ich schon. War nicht so gut. Guck mal nach, was er war. Lieber nach, was wegen der Heiligen passiert ist. Die ist überwahrt ein Stockwerk unter uns. Da bleibt ja nichts am Geschenken. Tauter kam übrigens von unten. Ja, aber sie war nicht von mir. Ja, aber warum wurden die Leichen dann auch unterwegs? Weil keine Leichen unten lagen. Dafür, dass zwei Leute Missing in Action sind, glaube ich. Ich kann Early Boy nicht confirm, denn jedes Mal, wenn ich auf seine Leiche drücke... Ich wüsste, dass das Date sind, dass Missing in Action Leute sind. Gibt's ein Item für. Cool. Ist mein Totem weg, oder was? Ich kann halt sehen, wann... Item in Action. Ich meine, wie heißt das Item? Äh, das ist der neue Identity Swapper. Das ist halt als zweite Fähigkeit sozusagen mit dazu gekommen. Ah, okay. Aber es steht halt nur zwei Leute Missing in Action. Wäre aber nicht... Er hat mein Totem kaputt gemacht. Deswegen, Tautau... Ja, aber es kann auch sein, dass wir in die Falle... Ja, aber es kann auch sein, dass wir in die Falle... Ja, aber es kann auch sein, dass wir in die Falle... Du kannst mich gern verdächtigen, aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass die Leichen in der Falle entsorgt würden, weil die ständig auf und zu gehen. Das heißt, du hast die erst umgewandt und dann beide weggetragen noch? Ich klage Kundra. Äh, als ob die Zeit hat, wenn Julie Harp fast tot ist. Das ist Kundran, da ist Kundran, Julie. Pass auf. Hier. Kundran ist schläfrig, der ist schon gelangweilig. Er tut so als wäre schläfrig. Nee, ich bin schläfrig gerade. So, und wer hat mein Totem zerstört? Äh, Irlyboy, glaube ich. So, ich mit meinem hier... Ja, da ist er dabei. Moin. Wann? Sie hier? Jemand ist tot hier unten. Fauter wurde umgebracht, aber hat nur Ja Danke gesagt, anstatt den Namen zu callen. Er war eh noch. Mann, er wurde von der F1 Y71 getöntet und hat nichts gesagt. Warum nicht? Oh, Grants. Oh, Grants. Ich kann ja nicht daran liegen, dass... Ah! Gehen wir da rein, dass ich... Ah! Oh, Grants. Stimmt, oh! Das war schon ein, dass wir reden. Das stimmt, da war ja was. Wir haben mittlerweile ganz spiele... Grrrr. 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 Warte nicht reden, wenn du tot bist. Wollt gucken, ob er auf 1000 kommt. Ich rede nicht, ich töne. Wollt... Wollt du Sch... Anika schlaufst. Wie Burly aus dem Channel einer, bitte. Das dort... Hier ist ein... Aua! Im größten Vergnügen. Items... Das wurde gerade... Nee, das wurde nicht getötet. Ich nehm wurde... Äh! Ich bin dir ausgena... Pff! Wieso geht das nicht? Was macht ihr hier drin eigentlich? Du kannst dir den Asker da nicht aufheben. Hast du das jetzt? Ich hab schon einen. Ach ne, ich hab schon einen von oben. Wieso hab ich eigentlich schon einen von oben? Jetzt passiert hier nichts und ich hab... Und ich hab nur das... Und ich hab nur... Keinen Ton-Timer. So 75% Walk-Speed. Ich auch! Mö! Mö! Wirst du's halt n Death-Modus geben oder sowas? Ja, wir sind ja auf jeden Fall schon in der Overturn. Ja. Da hab ich halt nur, warum Tautor nicht gesagt hat, von wem er erschossen wurde. Oh nein, ich bin ins Feuer gelaufen. Ich habe... Oh, ich bin immer noch bei 400 AP. 400. 400, yes. Willkommen weg. Jetzt bin ich bei 400 AP. Julie, lebst du noch? Carsten, lebst du noch? Fisk, Julie. Hallo. Wir waren Fisk und Julie. Und... Und... Da, da waren drei Leute. Auf einem Haufen. Ich hab noch fünf Schuss. Das recht nicht für 400 AP. Ja, aber... Was machen hier oben? Hier waren so viele Leute. Hier müssen Traitor bei gewesen sein. Alles traitert. Geh da rein, Julie. Das ist sicher. Nein, da war ich, Söpfen. Was ist denn hier? Wieso macht ihr Liebe hier oben? Guck mal, du könntest hier reingehen. Außer mir. Nein, ich glaub schon, aber ich will da nicht reingehen. Warum? Da oben schießt. Also falsch. Wobei, ne, Pain könnte ja auch noch Traitor sein. Nach dir, Maru. Geh du. Ich lass euch mal... Oben? Ja. Ich störe euch mal nicht. Okay, das heißt, die Chance, wenn ich jetzt auf einen von euch schieße, haben zu 40% einen Traitor erwischt. Ja. Oh, dann bist du jetzt schweizend. Kommst du auf 40%? Naja, es sind ja noch fünf Leute, die in Frage kommen, von denen auf jeden Fall zwei Traitor sind. Einer ist Kundran. Nein, bin ich nicht. Doch. Nein, bin ich nicht. Außen auf der Burgmauer. Das ist richtig. Und einer ist jetzt tot. Hey, was? Hey, Maru ist es. Juli ist es. Nils. Oh, ich höre. Er ist unter uns. Maru. Juli. Maru ist es. Juli. Fill it with fire. Maru läuft unten rum. Immer noch. Schießt auf mich jetzt. Am Kamin. Er kriegt gut Damage. Ist tot. Er explodiert meistens schon. Er kommt wieder. Kann ich alles ab hier. Ist wiederbelebt worden. Und normaler Spawn. Also irgendwo. Ja, hier kann man aber glaube ich. Aber ist vorne auf der Map, oder? Ich will die, Grinz. Das Problem ist ja, dass meine Traitor-Kollegen, einer ist irgendwo gestorben, einfach so. Ah, der ist vertreten, oh Gott. Das heißt, Maru ist der letzte, Leute. Ja, er ist unten im Erdgeschoss. Wo ist er? Ach, warum? Jetzt ist es leer. Maru, du bist extra. Grinz, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, Grinz. Sehr gut. Ich bin nicht dabei, da oben Liebe machen, ey. Ich bin nicht dabei, da oben. Ich muss ja irgendwie alle machen. Nein, ich kann mich auf ihr. Klick, 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 klick. Ich bin in deinem Badezimmer gestorben. Bist du reingegangen? Ich bin reingegangen, hab die Tür geschlossen. Nee, die Tür schließt du aber automatisch. Ach so. Ja, praktisch. Das ist was. Du musst dich da gar nicht knühen. Richtig kurze Runde, ey. Also ich bin einmal in den Kamin reingefallen schon. Oder halt dieses Schachtding. Jetzt das Badezimmer und mir wird gesagt, es gibt noch eine. Ja, die kann ich dir gerne zeigen. Ich hab nämlich die anderen zwei schon entdeckt. Okay, nice. Wir werden dir ja auch nicht gezeigt. Ich muss die ja selber finden. Es gibt drei bekannte. Vier. Man muss das erleben. Eine AK4, nice. Welche meinst du noch, Mario? Oben gibt's zwei und oben gibt's zwei, glaub ich. Oh, no Falling Damage. Das ist gut. No Explosion Damage. Sein Ernst? Hey, hallo. Wuhahaha. Töten wir Pain dafür, oder? Ja, würd ich sagen. Bist kassieren. Faszinator. Hey, was denn? Nein. Ich würde so gern den scheiß Fasznardok kaufen. Ich gönn mir mal. Das war ein Joke. Das war ein Joke. Das war ein Joke. Wenn der nicht immer eingeblendet wird. Granz ist wahrscheinlich Trader. Nils, hast du eigentlich schon das neue Video gesehen? Das, wo man nur auf Play drückt. Darf ich dich einmal boxen? Aber Red hat einen neuen Song gemacht. Und du hast den noch nicht gesehen. Hey, Dalu, da ist einer runtergefallen. Das war bestimmt Nils. Deswegen kann er nicht antworten, wenn der Bummerwagen schon gesehen hat. Er liegt auf der Mauer, auf dem Mauerhaus. Wo? Ach, da hinten. Ja. Das war am Stil. Das wäre echt super, ey. Aber das ist meins. Geh mal da rüber. Geh mal, guck mal ein bisschen. Ja, aber Nils. Das war meine Strohflin-Modition. Jetzt schieß es nicht ab, Erli. Sorry. Das kannst du nicht. Das war so scheiße. Das fand er wohl nicht so gut. Ich wollte Strohflin. Ich wollte extra hochfliegen dafür. Das tut mir leid. Hey, darf ich dich einmal hauen? Du kannst immer noch fliegen, Maru. Warum nicht? Die Strohflin wollte ich. Keine Fliegerwäsche? Egal. Der Idiot ist sogar noch... Was? Wo ist die nächste Leiche? Komm Grans, komm zu mir. War das jetzt Early oder Juli? Das hört sich so Early an. Hä? Geh mal mit den Leitern. Okay. Ein Schlag. Komm her. Jetzt kannst du dir das neue Video angucken. Glaub ich hab dich getroffen, oder? Nein. Auf mich wo geschossen? Der ist schon auf Reddit. Nein, das ist auf YouTube. Ah. Okay, jetzt haben wir uns einmal getroffen. Aber Nils auf Reddit. Ich wo geschossen. Wie viel Schaden hat das gemacht? Danke Dario. Danke Dario. Danke Dario. Ich weiß nicht von wem. Ich fahr im Bubberwagen. Items? Ja. Haben wir geschossen? Nein. Nein. Alter, dieses Kundran-Item hier liegt voll im Bild. Das schießt aber einer nach mich hier von da oben. Was ist das Kundran-Item? Von wo oben? Da oben wird da irgendwo auf die geschossen. Ist es kurz oben? Ich steh hier oben. Ich bin Trader. Ich bin Trader. Ich hab ne Sniper, da treff ich noch weniger. Kann man mit der rumlaufen? Wer ist das Fisk? Fisk ist genau bei mir. Er hat ne Friendship-Faktion. Spiele ich hier Musik oder was? Ja. Fisk spielt Musik. Hallo. Hier spielt keine Musik. Oh, nicht daran. Wenn die Musi spielt. Musi? Hallo. Ja, kennst du die Schlager sonst nicht, ey? Ja, auch mit. Fisk hier wieder alle da. Fisk und seine Musi. Was? Ich hab grad... Ja, warum denn? Weil du auf mich geschossen hast. Ja, ich hab ne M16. Sisko, Fogo. Ja, du hast ihn aufgehoben und hast dir gedacht, ich hab ihn aufgehoben. Ich hab von da oben schon aufgehoben. Ja, als ob ich trockte hätte damit. Aua. Aua. Scheiße. Ich vote ein. Wer mir... Wer Edo ist und ein Trader will. Es ist Items, es ist Items, es ist Items. Ich hab mein Vote schon verballert, leider. Ja, ich bin ja schon dabei. Wo ist er denn? Unten in der Kanalisation. Ach, da. Du darfst jetzt nicht mehr reden, Items. Also die Regel kannst du vielleicht nicht. Wenn du confirmed wurdest. Ich glaub ich hab... Ich hab ihn... Nee. Ja, ist weg. Ich hab ihn... Maru? 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 Das ist doch die Falle hier, oder? Oh, sorry, Kunman. Ich hab ausgesehen. Probier mal aus. Ich wollte dich, sorry. Ich will nur sagen, dass ich ihn überfühlt habe. Ich hab deinen Tod im Ausgesehen. Wer hat ihn überfühlt? Ja, ich hab was anderes gesagt. Schieß drauf. Also nicht auf mich. Komm. Achso. Nein, wieso? Du hast ihn noch nicht. Wir bekommen keinen Explosion-Damage. Was ist denn? Kunran? Wir alle, oder wie? Ja, keiner bekommst Explosion-Damage. Random. Hier vor der Tür. Julie ist es. Vor der Tür. Jo, wahrscheinlich. Ja, ich wurde angeschossen vom Turm. Oh. Ist der Julie's Traitor? Ja, hab's doch gesagt. Nett oder? Funktioniert nicht. Ja stimmt, aber kein Explosion-Damage, ne? Ich bin lowlife. Hey, Fisk? Ne, wir haben keine Healer. Kommen wir zusammen auf 10 AP, oder? Ja, wenn du 1 hast, ja. Oh, ich hab sogar 3. Nice. Oh Gott, ganze 12. Ich hab keine Chance gegen das. Ich glaub ja, immer noch, dass Grants der letzte ist. Warum nicht? Warum hat Fisk auf Maros Totem geschossen? Ich hab auf Items geschossen. Wurde auch im Chat angezeigt. Im Chat steht Items. Du hast Items kaputt gemacht? Ja. Ich hab einen Schuss abgegeben. Aber Grants hat die mich easy töten können. Soll ich deins kaputt machen? Eigentlich. Hat nur noch 10 AP übrigens, ne? 14. Ich mach eh mehr Schaden als ihr denkt, weil ich nen Drink getrunken hab. Also, außerdem hab ich Juli getötet. Woher weißt du, wieviel AP Mainz hat? Weil ich's am Anfang der Runde angeschossen hat. Haha. Ich hab's soo, weil ich's kann. Ich hab Juli getötet. High five. Ich hab's überführt. Hey, ich hab Juli getötet. Ja, ja. Komm, wir geben ihm High five. Also, ich hab sie getötet. Ich hab ne Disco und ich werde sie einsetzen. Ich hab ne MC. Äh, Items wurde wieder belebt. Ja. Da kann ich das tun, sind beide Traitern gerade. Wär nochmal Glück. Wo hast du den Boomerang hergerät? Von Juli. Ich glaub, Early war's. Early sind wir. Warum ich? Early war's. Early bei mir. Guck mal, wie er da ist. Sonst waren irgendwie alle mal zusammen. Ja nein, nicht nur das. Er hatte erst mal gefragt, wie ich Items überführt hab. Und dann hat er gelacht wegen dem Boomerang. Und dann, ey, das macht Sinn. Hä? Hä? Na toll. Wer war's jetzt noch? Early ist der andere. Aber warum habt ihr Items schon wieder gekriegt? Jetzt sehen wir die noch gar nicht mehr. Unten werden wieder Leichen rumgetragen. Fuck you. Kommt nochmal hier, los, los. Wir werden aber, wer hat noch nicht? Komm jetzt. Hol ihn, hol ihn, hol ihn dir doch. Komm, Boomerangfein. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Du kannst ihn aufnehmen. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Ich kann ihn nur mit einem Magneto-Stick werfen. Ja, dann hol ihn hier. Hast du ihn? Und 3, 2, 1, komm. Ich hab einen Magneto-Stick, wo wir sitzen. Halt you. Ey, Moment mal, der schießt auf einmal. Oh, schade. Early, du Lappen. Du hast mich so wiederbelebt, dass ich mit dem Kopf in der Decke... Ich wusste nicht. Ich dachte nur, dass du meine Höhe wiederbelebt... Und ich häng da so. Ich hab keine Waffe. Ich hab gar nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, du Scheiße. Kommt deinen Boomerang nicht aufheben. Das war so eine gefälschte Ware. Ich hab den nur mit dem Magneto-Stick getragen. Wäre China im Borde. Billige China-Ware. Vor allem war das so unlucky. Ich hab auch den ersten, wo der Alu mich überführt hat, nicht umgebracht. Der ist einfach tot umgefallen. Ich hab gar nichts gemacht. Das hat mir mit's Leid vereitelt. Ja, Moment. Danach hast du den Boomerang auf mich geworfen. Das war der Ausschlaggebung. Weißt du, das war das Problem. Ich hatte eigentlich meine Waffe anvisiert. Und mit dem Ausrad 1 nach oben gekommen. Und war dann auf einmal auf Boomerang. Ja, aber trotzdem musst du den Boomerang ja irgendwo her haben. Ob das jetzt aus Versehen war oder nicht. Ja, deswegen hab ich ja dann auch versucht dir das zu erzählen. Aber das hat nicht geklappt. Ja, lol. Ich bin übrigens gerade weggediskut worden in der Sekunde, wo du mir das erzählt hast. Ja, wir wissen. Der Granso und ich hatten die Disco auf den Dack geworfen. Ja. Bei uns. Und dann... Worte hast du gefixt mit dem Totem heilen? Ne, ne? Besser als vorher. Das wurde natürlich nicht gefixt, weil es kein Dack ist. Early hat geheilt. Nein, guck doch mal da. Ich versuche meine Tote zu heilen. Aber das wird nicht geheilt, obwohl es mitten im Feuer steht. Ja, ist vielleicht nicht deine. Hä? Das ist meine. Die hab ich alle frei geworfen. Hast du das Totem vor der Preparing gelegt? Und die brandt erst danach? Hm. Hey, ist die riesige Smoke gelegt worden gerade. Das ist ein normales Smoke. Was ist das denn? Oh nein. Was ist das denn? Oh nein. Was ist das denn? Tau Tau ist es. Hundertprozentig. Tau Tau. Hab ihn. Hab ihn. Er explodiert eh noch. Nils steht vor mir. Renz hat mich drauf geschossen. Hilfst du ist der andere? Ich hab ihn. Wieso? Oh, danke, Alter. Kunrad hat mir gerade in die Nase gerettet. Oh, er ist gestorben. Oh, ich hab ne Taube. Ich hab ne Taube, Leute. Renz ist aber auch noch gestorben. Renz ist aber auch noch gestorben. Wieso? Wo ist denn? Oh Gott. Der Mörder ist ganz oben. Wo ist denn Fisk? Der ist tot. Dalu gehst du bitte weg. Ich glaube es ist Dalu. Moment. Weil Grends mir entgegen geflogen kam. Ich hab noch nichts gemacht. Fain hat mich die ganze Zeit gesehen. Grends ist durch Märtyra gestorben. Das kann ich bezeugen. Okay, gut. Wenn du das bezeugen kannst, ist... Ja, das kann ich echt bezeugen. Ich hab mit auf... Ich hab da Tau Tau gerufen. Hier schießt er noch. Ne, 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 ne. Die Tau Tau Märtyra hat Grends überlebt. Ja, ja. Und dann hat er noch Fisk getötet. Den hab ich... Wo hab ich nen Speer her? Stopp! Ich hab ne Harpune! Ich bin Inno! Leute, ich hab ne Harpune im Inventar! Ja, Moment. Ja, die... Bislang hat richtig viele Alten. Ja, aber... Wo kriegt denn ne Harpune her? Wahrscheinlich von Fisk. Ja, aber die kann man doch nicht aufheben, oder? Doch, wenn er gestorben ist, bevor sie geworfen hat, oder? Hallo, Jolie. Hallo, Jolie. Oh nein. Jolie kniet vor mir. Jolie, das waren halt zwei Traitor, ne? Nee, ne Tau war's auf jeden Fall. Ich bin Inno! Leute, wollen wir ihm das eigentlich nur so überdenkenlos durchgehen lassen? Und ich bin eine bengalische Flugatze. Ich hab immer noch keine Harpune. Warte mal, Nieklar! Maru, Maru! Es ist Maru. Oder Nils? Oh, mit mir ist es... Maru war in Maru. Und er lebt wieder gleich. Oh shit! Maru lebt wieder. Wer ist bei mir? Ich hab keine Ahnung wer es war, aber ich lebe wieder. Bei mir Maru ist es. Ich hab ihn bald einen Schuss noch. Ja, das war meine Harpune. Ja, das war meine Harpune. Ja, das war meine Harpune. Toll, da rette ich dich. Ich wechsle so die Waffe und ziehe die Harpune unabsichtlich. So mitten von den ganzen Leuten. Tut mir leid, Nils. Was war? Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst du gleich da. Nein, 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 nein. Schaut bei anderen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.